Ein Mann kommt zum Arzt. Na, wo fehlt's denn? fragt der Doktor. Wenn ich mein Bein berühre, tut es weh, erklärt der Mann. Wenn ich meinen Arm berühre, tut es weh. Und wenn ich meinen Kopf berühre, tut es auch weh. So, so, sagt der Arzt und nickt wissend. Ich glaube, sie haben sich einen Finger gebrochen.